Hallo, in diesem Video zeige ich euch den Carrier von der Firma WildRide. Die Firma WildRide hat einen wunderschönen Carrier produziert, aber pass auf, was wichtig ist zu wissen, es ist kein Babytrager. Es ist ein Carrier, man kann es ungefähr von ab einem Jahr benutzen bis vier Jahre und ist echt ein Produkt, um die Eltern zu unterstützen. Das heißt, das Kind läuft, wird müde, wird getragen und dann ist es echt eine Erleichterung, um das mit diesem Produkt, der Carrier zu unterstützen. Wenn es soweit ist, man ist unterwegs, das Kind wird müde, dann kann man das Kind einfach so nehmen. Normalerweise tragt man das dann auch so, mit den Beinen, eine an der Vorderseite, eine an der Hinterseite, aber mit diesem Carrier von der Firma WildRide ist es noch einfacher. Dieses ist relativ klein, keine Sorge, aber es geht auch, muss man einfach fortzuführen. Ein Bein an der Vorderseite, einer an der Hinterseite und so ist das dann eine Unterstützung. Das heißt, das Kind wird immer noch getragen, man hat ein bisschen mehr die Hände frei und das sorgt dafür, dass das Kind nicht unbedingt ständig getragen werden muss. Der Carrier lässt sich mit einem Gurt ganz einfach verstellen, das heißt große Papas, kleine Mamas oder große Mamas, kleine Papas. Alles geht, man kann es einfach feststellen, ist auch super leicht feststellbar. Was echt wichtig ist zu wissen, ist natürlich, ich habe es auch öfter gesagt, kein Baby trage, aber echt ein Carrier, um für die Unterstützung, für die Eltern, dass es leichter ist, das Kind einfach mitzunehmen. Wenn das Kind wieder ein Stückchen läuft und wieder zurückkommt, kann man das so einfach entspannt tragen. Bis ungefähr vier Jahre, wie gesagt, auch in verschiedener Farbe erhältlich und das sieht man auch auf unserer Webseite babypark.de. Oft kommt einfach vorbei für eine Tragerberatung in einer von unseren Megastores. Wie aus der insanity vielleicht gibt's Whose slide- accepter led dan bel ich euch da hingekommen.. Die exploded denn seine warsteine aus, warsteiner mentale, ne ist jetzt überhaupt nicht. was hilft, was es? Ja enfim.. I fonction! Ein Zostrums. Vielen Dank.